Hallo und willkommen zurück. Ich bin wieder da und von nun an werde ich wieder weiterhin coole Videos machen. Ich fahre ja von 29.05 bis am 1.6. ab Klassenfahrt. Ich war in Hamburg und die Fahrt hat sechs Stunden gedauert, so dass wir auch 45 Minuten Pause gemacht haben. Das erste, was wir nämlich hatten am Nachmittag, am Montag, war die Hafenrundfahrt, wo ich auch einige Bilder mitgebracht habe. Und am nächsten Tag sind wir in Schokoversum gegangen. Leider habe ich davon keine Bilder. Anschließend hatten wir Freizeit und da bin ich mit einigen aus meiner Klasse in diesen Hardrock-Café gegangen und haben zusammen gegessen. Am Abend hatten wir König der Löwen, aber aus urheberrechtlichen Gründen waren Bilder nicht gestattet. Aber ich habe nämlich ein Bild, wie dieses Gebäude von oben aussieht und es ganz kurz daraus steht. Der Mittwoch war ebenfalls sehr spannend. Da hatten wir eine Stadtrundfahrt, Bowlingabend und ich konnte wieder ein paar wunderschöne Bilder nämlich machen, wie Hamburg nämlich so aussieht. Da hatten wir wieder Freizeit, wo ich wieder ähnliche Dinge gemacht habe wie am Vortag, nur da war ich halt bei McDonalds. Und Donnerstag war halt die Rückfahrt. Um 16.30 Uhr war ich dann wieder in Hamburg. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich werde jetzt wieder voll loslegen. Bis später dann. Tschüss! Danke fürs Zuschauen!